So meine lieben Mitmenschen, da zeige ich euch mal die Ausrüstung, die wir so haben, wie gesagt, wir haben ja alles zweimal, also jeder hat ein Zelt, die seht ihr hier, meine Freundin und ich. So, aufgeht, sie hat das Zelt gekauft, ein Bashboard, wir brauchen ja nicht zwei große Zelte, weil es ein schönes Innenzelt hat, was man ohne Außenzelt aufstellen kann, das heißt also man hat so eine Art Moskito Zelt, wo man halt schön unter dem Sternenhimmel schlafen kann, also ein wunderbares Zelt. Das ist natürlich schon etwas größer, mit etwas mehr Komfort, falls mal Regenwetter ist oder ähnliches, haben wir da halt natürlich noch ein Vorzelt mit drin und relativ viel Platz. So, daraufhin, dass wenn wir draußen schlafen und uns die Mücken nicht nerven in den Sommernächten, haben wir natürlich ein Moskitonetz, was uns natürlich davor schützen soll. Hier ist unsere Hängermatte drin, die werde ich jetzt nicht auspacken, die kriegt man immer so schlecht wieder rein in diesen Sack, da ist auch ein Moskitonetz mit dran. Dann haben wir hier eine Fahrradgarage, hat jeder eine, damit wir unsere Fahrräder auch mal schützen können, damit die nicht so laut rosten im Regenwetter. Ein Campingstuhl, der leider mit den Füßen nicht so gut fürs Gelände geeignet ist, man sackt übelst ein, also ich denke nicht, dass wir den lange behalten werden. Der wird wahrscheinlich schon auf kurz oder lang eh kaputt gehen, weil die Dinger halten ja eh nicht so viel aus, aber wir haben erstmal was zum Sitzen. So, dann haben wir zwei Schlafsäcke, da wir ja schon viele Videos geguckt haben, haben wir natürlich jetzt etwas mehr Ausrüstung, als wir eigentlich wollen, aber wir haben ja auch gesagt, wir bleiben ja ein, naja, wir haben ja geplant ein paar Jahre aufs Reisen zu gehen und ja, wir werden ja mit der Zeit auch die Ausrüstung ändern und wechseln und einiges wird kaputt gehen, also haben wir einen Sommerschlafsack und einen etwas wärmeren Schlafsack. So, dann geht es hier weiter, da haben wir noch eine dicke Kapuze, die halt auch bei Regen und so sehr gut abhalten soll und uns warm halten soll, gerade auch in den Abendnächten. Dann haben wir hier zwei Schlafmatten, einmal von Moorhead und einmal von Onigier. Eine zum Wandern, eine zum Radfahren eigentlich, die eine ist ein bisschen sehr, sehr schwer, aber die ist mit Aufblasfunktion per Fußpumpe, dass man nicht ständig reinpusten muss, weil jeder von euch, der viel unterwegs ist, weiß das, dass man, wenn man ständig in die Matten reinpustet, die irgendwann anfangen zu schimmeln, weil man ständig feuchte Luft reinpustet und es sehr, sehr unangenehm ist, wenn man das ein paar Mal gemacht hat und da dann schon der Schimmel drin ist und man sehr Mund daran setzt, ist das natürlich nicht sehr hygienisch. Hier ein paar Fahrradhandschuhe, mein Tablet, was ich mir neu gekauft habe für unterwegs mit Tastaturen, alles drum und dran, natürlich noch frisch verpackt, noch nicht probiert, damit ich unterwegs auch was arbeiten kann im Internet. So, noch eine Flaschenhalterung, meine Schaufel, falls man mal seinen Kot verstecken muss, ein diverser Messer, einige davon werden es natürlich nicht mitschaffen, aber wir haben sie jetzt erst mal da. Eine Axt, ein bisschen Werkzeug und so weiter, ein paar Tools, eine Kaffeemühle, nicht für Kaffee, aber für diverse andere Sachen, die man halt malen kann, haben wir uns gedacht, ja, die ist aus dem Osten, die hält vielleicht, mal sehen. Eine Reibe, für Smoothie machen oder ähnliches, mal sehen, Smoothie Maker gibt es ja leider nicht so gut für unterwegs, die halt lange halten oder viel taugen. Zwei Haarschneidemaschinen, da ich die Erfahrung gemacht habe, dass sie schnell kaputt gehen, habe ich mir gleich zwei geleistet, also wir würden wahrscheinlich sowieso nicht lange dabei sein. Dann haben wir einen Schleifer, einen Messerschleifer, sehr, sehr geiles Teil. Also das Teil ist wirklich gut, kann ich nur empfehlen, falls ihr das kaufen wollt, ist hier unterwegs wirklich ein sehr, sehr tolles Teil, schleift wirklich sehr gut, macht super scharf, also mit Feuerstein, zwei Stück sind da dran. Ja, diese Feuersteine, die man hat, da kommt der rein, hat man zwei Stück. Dann ist hier noch ein Messer dabei, auch mit Feuerstein, was hier hinten reinkommt, ja. Und hier ist eigentlich eine Taschenlampe mit Magnetfunktion, aber wir haben jetzt keine Batterie drin, weil wir genug Lampen haben. Also das heißt, Messer haben wir natürlich mehr als genug. So, dann haben wir unsere Baude-Taschen, mein Schatzi hat zwei Ortlieb dabei, ich habe mich nur für Baude entschieden und habe natürlich dann noch eine Ortlieb-Tasche für Gepäckträger. Ja, so, dann gehen wir mal zurück hier, dann haben wir hier unsere mobile Waschmaschine, ein Scrubber, den haben wir natürlich noch nicht ausprobiert, aber wir haben uns das einfach mal gegönnt, weil wir unterwegs auch Wäsche waschen wollen. Das kann man dann zum Beispiel mit umweltfreundlichen, wie heißt das, warte mal, was, was, entweder Waschnüsse oder Efeu. Efeu kann man natürlich auch benutzen, zum Wäsche waschen, falls ihr das noch nicht gehört habt, weil wir uns auch viel mit Kräuter beschäftigen, haben wir das natürlich unterwegs, also für unterwegs auch sehr gut aufgenommen und gelernt. So, ein bisschen Fahrradwerkzeug, falls wir mal, also Spezialwerkzeug eigentlich eher so für die Tretlagerfunktion und sonstige Sachen, was man nicht so oft brauchen wird, deswegen weiß ich noch nicht. Aber gut, ein Ohne-Wörterbuch, da wir auch in Länder vorbeikommen, wo wir nicht die Sprache können, haben wir ein Ohne-Wörterbuch, falls mal wirklich ein Notfall ist, dass wir uns verständigen können. Eine mobile Dusche, aus der Pflege übrig geblieben, haben wir uns natürlich behalten. Ein paar Schleifsteine, zwei werden wir nicht mitnehmen, aber ein auf jeden Fall. Dann haben wir zwei Funkgeräte, da werden wir nicht den Koffer wahrscheinlich nicht mitnehmen, aber die Funkgeräte, weil wir uns ja auch mal in der Wildnis, eigentlich nur in der Wildnis auch verhalten, und wenn wir mal getrennte Wege gehen, hat jeder ein Funkgerät dabei, damit wir uns auch verständigen können. Und ein Kompass, meine Freundin, ist halt auch nicht ganz so orientierungsfähig, so manche Sachen so, und deswegen ist es halt sicher, dass wir uns kommunizieren können, weil man ja nicht überall Handyempfang hat. Da haben wir uns gedacht, besorgen wir zwei Funkgeräte. So, dann ist unser Garmin dabei, das wir uns natürlich auch neu gekauft haben. Einmal Zahnwerkzeug, sehr interessant, gerade auch der Zungenschaber, kann ich nur empfehlen, also wirklich zum Plug entfernen oder sonstige Sachen, falls mal irgendwas ist. Also richtig, Zahnarztwerkzeug auf Deutsch gesagt, haben wir uns mal gegönnt. Also eigentlich geht es ja nur um diesen Zungenschaber, da ja meine Zähne sowieso so gut wie alle raus sind, und ich gerne eine künstliche Prothese kriege. Aber ja, also der Zungenschaber ist sehr zu empfehlen, weil der meiste Dreck hängt auf der Zunge. Dann eine Kopflampe, und wir haben noch diverse Fahrradlampen und so weiter. Ein Dosenöffner, weil Dosen essen gibt es bestimmt mal. Dennoch ein bisschen Schnur, die werden wir natürlich noch aufteilen, für Hängematte und diverse andere Sachen, Zelltschnur. Da die Zelte, die wir haben, natürlich nicht komplett mit allen Ösen Schnüre haben, haben wir uns natürlich noch ein bisschen ordentliche Schnur besorgt. Ist natürlich ziemlich dick, ja, aber die teilen wir noch auf, die kriegen wir noch von der Rolle runter. So, dann ist hier meine komplette Kameraausrüstung, mit der ich mich natürlich noch befassen muss. Entschuldigung, unser Licht ist natürlich ein bisschen schwierig, aber diese Kamera habe ich mir gegönnt. Auch eine Unterwasserkamera unter anderem, da ich auch einen Tauchschein habe und gerne tauchen gehe. Dann, Entschuldigung, meine Kamera ist nicht so gut bei dem Handy, und dann habe ich hier komplette Kameraausrüstung mit 50 Teilen zum Befestigen der Kamera am Körper, Helm, Lenker, ach, überall muss ich mir noch durchgucken, was ich mitnehme. Also die Koffer an sich nehme ich nicht mit, aber die paar Teile nehme ich auf jeden Fall mit. Dann geht es hier weiter, meine Box, die nehme ich natürlich auch mit, meine GBL-Box, egal wie groß und schwer die ist, dafür werde ich natürlich Platz haben. Wenn ich meinen Basketball auch mit kann, werde ich ihn auch mitnehmen. Da haben wir uns ja sportlich ein bisschen betätigt, einen Tischtenniskellen haben wir noch. Also wir müssen mal gucken, wie wir das alles mitkriegen, aber wir haben noch nicht alles gepackt. Wir sind noch im Versuchsstadion, das ist erstmal nur die Ausrüstung. Wie wir packen, werden wir sehen. Es ist wahrscheinlich viel zu viel, was wir haben. Mal gucken, was noch aussortiert werden kann. Aber ja, das ist erstmal unsere Ausrüstung, die wir so die letzten Monate gekauft haben. So, wir haben natürlich auch noch einen Fahrradanhänger hinten dran, einen jedenfalls. Wie lange wir den hinterherziehen, wissen wir noch nicht, aber wir haben den erstmal. So, zwei Powerbanks in verschiedene Kategorien. Ich tendiere eher zu der, die haben wir jetzt 0 gekauft, auch mit 26.000 Ampere. Also wir haben beide so viel, ein bisschen über 26.000. Aber ich denke mal, die ist weitaus besser, weil die Paneele geschützt sind, weil man die zusammenklappen kann und hier zerkratzen natürlich schnell die Paneele. Ja, meine Aufladen kann man die damit sowieso nicht mit den Paneele. Würde nicht so viel bringen, aber wir haben ja am Fahrrad auch noch Ladefunktion und wir haben natürlich zwei Solarpaneele bei, damit wir uns halt auch mit Strom versorgen können. Dann haben wir noch ein paar Spezialheringe, die schon ein bisschen robuster sind. Mein Schatzi hat sich auch welche geholt in einer anderen Form, die man auch reinhämmern kann in den Boden, da es ja nicht jeder Boden Sandboden ist, muss man sich natürlich auch ein bisschen vorbereiten. Die wiegen natürlich etwas, aber ja, das macht nichts. Das ist egal, wir werden das schon irgendwie hinkriegen. Wir haben natürlich sowieso viel zu viel gewicht. Da sind auch noch haufenweise Trikots, Radlerhosen und Jacken und keine Ahnung. Wir wissen noch nicht mal, ob wir das alles mitkriegen, wie gesagt. Noch eine Ottlieb-Tasche für Gepäckträger. Ja, ist eine ganze Menge Werkzeug hier und eine ganze Menge Material. So, dann haben wir hier noch unsere Kochmöglichkeiten. Einen kleinen Essbettkocher. Der ist natürlich praktisch. Taschenkocher, kann man natürlich kleine Sachen mit kochen. Unsere Wasserfilterausrüstung, da haben wir uns für den Bachgold entschieden. Mit Extrafilter, haben wir gleich dazu gekauft, weil der Greiffilter natürlich diese Ionisierung nach 500 Liter schon nicht mehr hat. Haben wir uns halt natürlich für einen Kohlefilter entschieden, der natürlich weitaus länger hält. Nicht so Mikro Millimeter, nicht 0,01 filtert, sondern 0,05. Aber das macht nichts. Wir werden es schon überleben. So, da ist das Teil. Dann haben wir aber noch einen Trinkheim, der halt auch noch neu ist. Soll ja auch 1500 Liter filtern. Ob er das macht, wissen wir nicht. Wir haben es natürlich noch nicht ausprobiert. Aber wir sind filtertechnisch gut versorgt. So, ein Windschutz zum Kochen. Das ist ein kleiner, ich würde sagen Ofen. Den haben wir schon vor längere Zeit gekauft. Ist nicht so toll das Teil. Wiegt auch ganz schön viel, finde ich. Und hat sich schon extrem verzogen, aber den Hämmer noch zurecht. Lässt sich nicht mehr so gut zusammenbauen. Aber zum Feuermachen als geschütztes Feuer, als geschlossenes Feuer ist es natürlich perfekt. Für Kochen und ähnliches ist das natürlich eine gute Alternative für Holz. Dann haben wir hier einen Gaskocher. Den brauchen wir schon, weil wir ja unsere Küche alle schon verkauft haben. Kochen wir natürlich schon mit Camping. Da wissen wir noch nicht, ob wir das Ding mitnehmen, weil es halt doch ziemlich sperrig ist. Denn zu unseren Holzarbeiten haben wir halt drei verschiedene Sägefunktionen. Drei verschiedene Sägen. Dann halt hier so eine Art Kettensäge mit Seil. Weil man hat ja auch Holzarbeiten unterwegs. Die Axt haben wir ja schon gezeigt. Dann, ja, Becher, Kochgeschirr und so weiter. Aber eigentlich ist das schon eine ganze Menge. Also ich habe es noch nicht auf die Waage gestellt. Wie ihr seht, ist es wirklich... Da kommt natürlich noch ein kleines Werkzeug dazu. Wie Maulschlüssel brauchen wir ja noch. Entschuldigung, hier sieht es, wie gesagt, ein bisschen unordentlich aus. Hier, unsere Wohnung. Wir sind halt schon am Ausziehen. Ende April sind wir ja schon draußen. Das heißt, die nächsten Wochen ist die Couch weg und alles weg. Ich schlafe mir bloß noch auf eine Matte. Geht also voran. Egal, was meine Krankheit macht. Wie schwer, wie viel Schmerzen ich noch habe. Achso, ich weiß gar nicht, ob ich das hier schon gezeigt habe. Ja, ein bisschen versuchen, falls ich das noch mit meinem Rücken hinkriege. Weil ich kann nicht mehr so viel springen. Ich kann ja auch kein Basketball mehr spielen, kein Joggen mehr. Weil ich dann immer sehr starke Schmerzen an der Wübelselle habe. Weil ich die dann immer stauche. Aber auch das sind seit sieben Jahren die Ärzten nicht erkannt. Es ist eine Katastrophe, unser Gesundheitssystem. Aber egal. Haben wir hier noch eine Pumpe. Die ist halt zum Pusten gedacht, um die Matten aufzupusten. Da ich ja schon erwähnt habe, dass wir halt die Erfahrung gemacht haben. Also wie gesagt, wir haben auch jeweils zwei Stück. Da bestimmt immer wieder mal eine kaputt geht. Oder Material hält ja heutzutage nicht lange. Muss man sich halt alles doppelt kaufen. Zum Glück sind wir zu zweit unterwegs. Ist natürlich so, dass wir, wenn wir die Matten regelmäßig oder jeden Tag aufpusten mit dem Mund, ist das natürlich unhygienisch. Und schimmelt natürlich da drinnen irgendwann alles. Und ja, um das halt zu vermeiden, haben wir uns halt die Pumpen besorgt. Und eine elektrische Fahrradpumpe, die jetzt hier nicht dabei ist, haben wir auch noch. Damit wir halt auch gewissen Druck aufbauen können, die natürlich auch ein bisschen was wiegt. Aber wir gehen mal davon aus, dass die elektrischen Sachen uns nicht ganz so viel begleiten oder so lange. Jedenfalls einige davon nicht, weil unsere Erfahrung halt diese ist. Deswegen auch zwei Haarschnelle Maschinen. Dass diese halt auch nicht lange halten. Deswegen haben wir uns die gleich zweimal gekauft. Egal, am Anfang haben wir eh mehr Gewicht. Das hatten wir bei unserer ersten Ratto auch. Und später wurde aussortiert. So, also erstmal zu der ganzen Ausrüstung, die wir jetzt hier vorliegen haben. Wie gesagt, Messer werden nicht alle mitgenommen. Da wird noch ein bisschen reduziert. Kameraausrüstung auf jeden Fall. Und ja, wie ihr seht, da ist ja, liegt ja auch noch was. Dann kommt noch ein kleines bisschen Angelmaterialien, kommt ja auch noch dazu. Da ich ja auch unterwegs gerade ein paar Fische fangen werde. Weil auch wenn wir jetzt keine Fleisch mehr essen, Fische werden wir natürlich essen. Ja, so. Das ist erstmal so das Update der ganzen Sache. Wie gesagt, Powerbanks haben wir denn vier Stück bei. Das sollte eigentlich reichen. Achso, achso. Entschuldigung, jetzt muss ich euch mal mit durch die nicht so schöne Wohnung nehmen. Wir wohnen halt hier schon auf, ich habe jetzt was vergessen, tut mir leid. Ich wollte euch ja noch das Handy zeigen. Entschuldigung, was ist jetzt? Ich habe mir ein Outdoor-Handy von Blackview geholt. Das sieht dann so aus. Entschuldigung, wie gesagt, ist halt hier alles ein bisschen improvisiert. Ja, auch die Kamera ist halt mit Nachtsichtfunktion, dass wir halt auch nachts ein bisschen was sehen können. Hat auch einen sehr großen Akku. Ich glaube um die, ich weiß nicht, um die über 12.000 oder so oder 11.000, ich weiß es nicht, Milliampere. Ja. Nur damit hat es halt mal unsere Ausrüstung. Meine Freundin hat halt auch, wie gesagt, hier geht noch überall alles rum. Wir sind halt hier am Ausziehen. Das ist halt alles auf, ja, da steht auch noch ein Rechner. Also wir sind halt, das ist halt unsere Wohnung. Hier, da haben wir eine Ballonfahrt gemacht. Entschuldigung. Da hinten. Und da war mal ein Kollberg bei dem Bild, haben wir uns in Kollberg zeichnen lassen. Sehr schön. Ja, wie ihr seht, ist hier alles bloß nach auf Stühle, Campingstühle, da, Campingstuhl. Ja, ist halt unsere, unsere, unsere restliche Behausung hier noch, die wir jetzt noch zur Verfügung haben, für die wir natürlich auch noch eine Menge Miete zahlen müssen. Das Geld entfällt ja bald. Bald haben wir keine Miete jetzt mehr. So, jetzt habt ihr erstmal ein Update von unseren Materialien, die wir halt erstmal besorgt haben und die letzten Monate gekauft haben. Was natürlich eine Menge Geld gekostet hat. Das kann man sich gar nicht vorstellen, was hier an Geld liegt. Aber wir leben bloß einmal, die Reise wird lang. Also schauen wir mal, was davon am Ende noch übrig bleibt von unserer Reise. So, dann wünsche ich euch erstmal noch einen angenehmen und gesegneten Tag und bis bald.